Ich stelle jetzt die Xiong Xiong in Front vor, in gerader Ausrichtung, dann einmal zur linken Seite und einmal zur rechten Seite. Los geht's. Xiong Xiong in Front. Wir gehen den linken Fuß nach vorne, holen mit der linken Hand oben aus und stellen den rechten Arm, ziehen den rechten Arm nach hinten und blocken den linken Arm nach unten. Noch einmal, ausholen mit Schritt 1, ziehen 1, 2. Xiong Xiong, noch einmal ausholen mit Schritt 1, ziehen 2. Rechte Bein, rechte Faust, Hochschritt, ziehen. Rechte Bein, das ist das, was bei der zweiten Übung kommt. Der erste Übung reicht es, wenn wir das Bein zurückziehen. Xiong Xiong in Front. Schritt 1, Block 2. Jetzt kommt nur zurückziehen, Fauststoß. Schritt gehen jetzt auf der anderen Seite, wo die Faust kommt. 1, Block 2. Zurückziehen, Schritt, Fauststoß. Wir wiederholen. Links, Schritt gehen, Block. Links zurück, rechts noch, Faust. Rechts Schritt, rechts aus, holen, Block. Und Faust. Jetzt haben wir viermal durch. Noch einmal wiederholen. Schritt, schneller. Xiong Xiong in Front. Und immer tiefer hin. Noch einmal, wir nutzen die Lehnung zum Tiefstehen. Ich habe hier schon in Front. Viermal wird Fauststoß nach vorne ausgeführt. Ruhm noch einmal, viermal, aber der Block wird seitlich gezogen. Linke Fuß vor, aber den Hugul. Hinterbein quer, Oberkörper seitlich. Wir holen die linke Hand unten aus. Stehen tief, Block ziehen. Wir ziehen linke Bein, linke Faust zurück. Rechts, Faust. Noch einmal. Linke Bein wird locker nach vorne gesetzt. Links unten ausgeholt. 1, 2, rechts. Jetzt dasselbe. Rechte Beine vor, rechte Beine unten. Block, Faust. Noch einmal. Links, Block, Faust. Rechts, Block, Faust. Jetzt rechte Beine vor. 1, linke Beine vor. 2, rechte Beine vor. Tür. Wir ziehen zurück. Und bleiben auf dem Punkt stehen. Noch einmal. Ich habe mich hier schon mit dem Punkt. Tür. Links fängt an. Bein nach vorn. Ausrück. 1, rechts, Faust. Das ist Spiegel verkehrt. Andere Seite. Alle Wehbewegungen bis zum Schluss. Wir schieben das hintere Bein vor. Wir schieben das linke Bein vor. Block, Faust. Andere Seite. Rechte Beine vor. Unten ausruhen. Block, Faust. Linke Beine vor. Unten ausruhen. Block, Faust. Und rechte Beine. Block, Faust. Jetzt kommt rechts. Schritt gehen links. Schritt gehen rechts. Anziehen. Und jetzt von der Seite. Ich habe dich schon mit vorn. Linke Bein vor. Ausruhen. Block, Faust. Rechte Beine rechts ausholen. Block, Faust. Links ausholen. Block, Faust. Rechts ausholen. Block, Faust. Links bein vorschieben. Aber das Gewicht hinten lassen. Tief stehen. Gewicht hinten. Block, Faust. Jetzt auf der anderen Seite auch. So, vorschieben. Block, Faust. Rechte Beine rechts ausholen. Block, Faust. Rechte Beine rechts ausholen. Block, Faust. Und jetzt kommt. Und jetzt kommt. Vorschieben. Eins. Zwei. Drei. Noch einmal in die Richtung. Schöschi-Jongen. Schöschi-Jongen fort. Linke Bein vor. Links ausholen. Tief. Block. Hand. Hohen. Jongen. Faust. Seine wechseln. Jongen. Hanna. Thun. Ausholen. Tief. Block. Set. Ausholen. Tief. Block. Neck. Tausch. Wir schieben. Das dringende Bein vor. Gewicht hinten. Hanna. Thun. Set. Neck. Das dringende Bein. Das dringende Bein. Das dringende Bein. Ego. Jürgen. Und. Acht Bewegeungen. Nur zwei zusammen. Egen. Verkauf. Hennschritt. Bei Jürgen. Acht. Eins. Hanna. Thun. Set. Parn. Scheiß. Chöschi-Chöschi-Chöschi-Chöschi-Chön. Innenfront. Hm. Vielen Dank.